So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von natürlich Mensa Vaults hier auf meinem wunderschönen Kanal. Heute ein bisschen eingetrunken. Das ist eine spezielle Folge heute, in der ich eingetrunken bin und ich weiß was ich mache. Ich bin hier klein in eine Runde reingetreten und bin fast vollkommen überfordert. Man merkt auch, es liegt ein bisschen. Aber 15 Punkte ist so. Kann man nehmen, wer mal will. Wir haben noch ein Bierchen, habe ich hier noch stehen. Die Folge ist recht rasch begonnen und ich wollte gerade sagen, da steht Mimimimimi. Ja, wie kann ich von hier aus nie anfangen, nicht wahr? Das ist natürlich scheiße. Jetzt nehmen wir jetzt ein Stückchen Bier. Wir probieren heute, wir sind angetrunken zu spielen. Ich habe gesehen, Battlefield 5 kostet 80 Euro. Das ist mir viel zu viel. Scheiße. What the f- Okay. Werd ich es mir machen können. Da hätte ich mir nichts gebracht. Ich muss mal kurz Fernseher ausmachen. Das war mir ein bisschen überraschend, dass der Fernseher anging. Oder äh, die Folgen. Ach, ich wüsste schon, was ich meine. So, wir gehen hier rein in den Stimmt Soldat. Typisches Gefühl. Viele Orte, an denen sie sich verstecken können hier. Ah. Naja. Im Fall habe ich schon mal ein paar Pünktchen holt, so ist es natürlich wichtig. Ja, ich weiß kann, ich habe, glaube ich, vier Pünktchen hinter mir. Da müssen wir sein. Ja, wo noch ein, äh, Stichwünsche, Bock vorzulaugen hier. Ah. Na, war Schluss. Man muss, äh, schnell in den Teer laufen. Ich habe so lange keinen Battlefield 1 mal gespielt. Ich nehme mal Sunny rein. Und ich bin froh, wenn überhaupt noch, wenn ich überhaupt noch, nur noch drei Stunden laufen kann. Wisst ihr, wie ich gerade komplett überfordert bin? Ich bin komplett überfordert in dem Game. Wo? Wo? Wenn ich übernehmen das mit... So, ich nehme, wenn ich übernehme mit. Doch. Nicht so da dran. Scheiss. What? da stand hinter mir alles klar damit habe ich überhaupt nie gerechnet wir tritten hier mal bei meine mäuse sind aktiv man hört sie ja natürlich sie verfolgungskamera es hat nur nach und nicht meine 3-bit habe aber mann jetzt komisches boot so vom aussehen her So, die Frage ist natürlich Ja, von vorne Da bringen die viel Ich denke natürlich Och sind das Idioten Die schlägen alle aus Ja Flugzeit beitreten Das ist das, was ich liebe Alles klar Das springt erstmal raus Na ja, ich gebe Glück Gut, drehen wir mal A bei Mal gucken, was hier passiert Ja, meine Mäuse irgendwie stecken Und ich weiß nicht, was da mit denen los ist Oh, fuck Von wie weit können die ihn schießen? So, Battlefield 8 wird hoffentlich auch in Zum Gamescom da sein Oh, okay Ja, das bringt sehr viel hier hinzulegen Ja, weg ist er Lenk mich doch Nein, 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 nein Tee, ich gehe Ich würde mich mal interessieren, wie viel ich dem Vorland noch reingehauen habe An Schmerzen und Schmerzen und Pferdchen Das nehme ich gerne Also meine Weibchen, die sind Meine Weibchen sind nicht so aktiv wie die Männchen Die Tali, also die älteren von allem, die läuft natürlich jetzt noch die Runden Pferdchen Alles klar Ach, ich kann nicht, ich kann nicht drüber mit dem Pferd Guck mal, hier kann es doch drüber laufen Ach, jetzt macht das Das ist der Vorteil in den Snipern Dass die angezeigt werden Also beziehungsweise das Visier so Leuchtet Ja, mit dem Schuss Hat er mich erstmal gekillt Da schlie ich natürlich den ganzen Witz Und der Beschutz Nimm mal hier, nimm mal hier, nimm mal hier Halt, nee, nee, komm Ah, scheiße Scheiße Da war noch einer, der auf mich geschossen hat Kein Wunder, dass die so viel Schaden gemacht haben Mensch, Maier K-Geschosse Aha Was heißt denn K-Geschoss Keine Chance Da kommen vier, drei, vier Leute hin Und da ist der Schauschütze noch Sollte was machen Komm, nehmen wir mit der Panzerbüchse Komm mal wieder rein Ey, das gibt's doch nie Das gibt's doch nie Was soll denn das für eine Scheiße hier sein Also Gott sei denn Unser Dreadnought ist eingetroffen Wo? Wenn einer sagt, wo es ist Dann würde ich mal einsteigen Okay Okay Einfach reinballern. Bringen tut es mir nicht viel, der ist schon da, der hat sogar schon schaden genommen. Ob das die Scheiße ist, ich konnte nicht einsteigen. Ach der, warum ist ein Fake-Geschütz? Sagt mir das doch mal in Schwein, mir sieht es noch aus, 18, 11, 12, ja, ganz normal. Komm, wir steigen jetzt hier ein. Ach da! Ja, aber kann ich nicht einsteigen. Ich weiß nicht, wie lange ich mitgeschliffen wurde. Geh, 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 geh. Ich glaube, ich habe keine Chance hier. Ich habe seit lange nicht mehr gespielt und dann noch halb betrunken reinzukommen. Hm, das ist eine gute Idee, war ich glaube bei ihr nicht. Ich werde jetzt zwei Runden mehr nicht aufnehmen wahrscheinlich und dann wäre gut. Schwein ist gut. Nächste Runde habe ich sogar noch mehr ein Tuss. Hauen, abhauen, abhauen, abhauen. Ja, verdammt, dreckige Sau, das kannst du rein an. Verdammt, dästliche Nutzen, Brügeleih, komm, geh hier rein. Gibt's auch nie. Nein, das ist nicht durch das Bier. So. Wenn die Gegner auch nochmal auf dem Boot kommen würden. So ein bisschen Taktik müssen wir jetzt auch noch vorgehen, auch wenn ich so ein Rusher bin. Ja, schön, Brügeleih, was bringt mir das? Was? What the fuck? Der Feind kontrolliert alle Einsatzteele. Alter! Das war's, man. Fuck! Fuck! Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Das sind so viele. Legt mich doch immer Arsch. Das war's, man da schon. Ey, Leute, die Runde ging ziemlich schnell vorbei. Dann nehmen wir nochmal Fertchen. blablablablablablablabla heute schon neue das war aus dem Part wenn ich ganz und schatten kommt darauf hin und die Männer von sie wird auch nicht nichts mehr sagt Tja Tja